Heute im iPad Blog Adventskalender die DiskStation 215J von Synology. Die DS215J von Synology ist ein Netzwerkspeicher für private Haushalte und kleinere Unternehmen. Der kleine handliche NAS-Server ermöglicht im Heimnetz das Teilen von Dateien, Multimedia-Diensten und Streaming. Die DS215J bietet Platz für zwei Festplatten. So kann der Nutzer durch eine Spiegelung seine Daten bestmöglich absichern. Bis zu 6 TB große Festplatten werden von der DiskStation unterstützt. Als Betriebssystem wird der DiskStation Manager 5.1 genutzt und sie bringt einen Dual-Core-Prozessor mit 800 MHz mit sich, gestützt auf 512 MB Arbeitsspeicher. Neben dem Gigabit-Netzwerkanschluss für den Router stehen noch einmal ein USB 2.0 sowie ein schneller USB 3.0 Anschluss zur Verfügung. Was uns auch nach unserem Test aufgefallen ist, die DiskStation ist nahezu geräuschlos und nur bei absoluter Stille ganz leicht zu hören. Der Stromverbrauch liegt im Betrieb des NAS bei ca. 13 Watt und im Ruhezustand gerade einmal bei 5 Watt. Die Schreibgeschwindigkeit liegt ungefähr bei 90 MB die Sekunde und die Lesegeschwindigkeit bei 110 MB die Sekunde. Im Moment ist der NAS-Server ab 170 Euro mit einer Herstellergarantie von zwei Jahren erhältlich. Und wir können nach unserem Test sagen, dass dies ein wirklich angemessener Preis für die DS215J von Synology ist. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020